Hallo zusammen, ich bin Tanja, ich bin Kiana und ich bin Antika und wir machen die KV-Lehre bei der HAWA Sliding Solutions AG. Heute zeigen wir einen kleinen Einblick in unseren Alltag. Kommt mit! Im KV tätigen wir Telefonat, E-Mails schreiben und Kontakt mit den Kunden und Lieferanten pflegen. Gut bei der HAWA finde ich, dass wir mitentscheiden dürfen, wer nächstes Jahr die Lehre bekommt. Vorteile bei der HAWA sind, dass man das Gerbe bekommt, dass das Schulmaterial einem gespiesst wird, es hat einen guten Lohn, es ist eine Dutzkultur. Das heisst, man kann alle Dutzend bis und mit CEOs und es ist ein sehr familiäres Umfeld. Im KV gefällt mir die Vielfältigkeit mit verschiedenen Abteilungen, dass es eine gute Grundbildung ist und man viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat und dass man seine sprachlichen Kenntnissen füllen kann einsetzen. Die Anforderungen zum KV sind hauptsächlich sprachliche Kenntnisse bzw. Deutsch, Englisch und Französisch. Von Vorteil ist das Zaffinger System. Auch leitet man grosse Werte auf Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Jetzt habt ihr einen Einblick in unseren Alltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch. Wir freuen uns auf dich. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.